Seine Schnappschüsse bringen den Tod. Seine Morde bringen Geld. Sein Name... Shatter. Ich bin ein Profimister. Ich werde für meine Arbeit bezahlt. Und zwar immer. Doch vom Jäger wird er zum Gejagten. Shatter gerät zwischen die Fronten. Ich weiß nicht, von welchem Geld Sie sprechen. Genau. Und haben Sie das gehört? Sie sind allein, Shatter. Völlig allein. Und Sie schwimmen mit dem Gesicht nach unten im Haar. Es ist aus mit Ihnen, Shatter. Sie sind fertig. Sie sind so gut wie tot. Das sollte Sie doch interessieren. Was muss das für ein Gefühl sein, von allen gejagt zu werden? Shatter. Ein Mann gegen das Syndikat. Ein Mann unter Beschuss. Ein Mann braucht... Kung Fu. Taipa. Er ist der Meister. Kung Fu. Der Extraklasse aus dem Hause Shaw Brothers. Hier kriegt selbst der gelbe Adolf Atemnot. Erstmals gemeinsam in einem Film. Karate, Thai-Boxing und Kwan Do. Mit dem Meister der Martial Arts. T. Lung. Du sollst mir helfen, am Leben zu bleiben, bis ich meine Rechnung kassiert habe. Sehen Sie Stuart Whitman. Peter Cushing. Und T. Lung. Ein Kung-Fu-Polit-Thriller, dem die Leinwand kaum standhält. Vergessen Sie Bond. Vergessen Sie Cotton. Aber schreiben Sie diesen Namen in Ihr Gebetsbuch. Shatter fängt da an, wo andere aufhören. Shatter. Demnächst in diesem Theater. Wıllver Mikel. 13 2018 these Sells hier du